Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir und zwar dieses Mal wieder aus dem LS19 von der Notfresh Marsch Vierfuch. Einen wunderschönen Mittag, Mittwoch wünsche ich euch. Ja, ihr werdet euch bestimmt fragen, warum habe ich schon so viel Geld wieder auf dem Konto. Das kommt davon, damit die letzte Aufnahme, was ich gemacht habe, fehlerhaft war. Und ja, das wollte ich euch zeigen, aber es ist ja nicht gegangen, weil die Datei beschädigt war. Ja, und ja, jetzt sind eben die zweite Aufnahme, aber ich hoffe, es klappt euch jetzt. Dann würde ich sagen, legen wir los. Dann gehen wir jetzt die restliche Silage verkaufen, was wir haben. Und zwar haben wir da noch, jetzt muss ich schnell schauen, 65.000 Liter im Kamenra drin, die werden wir jetzt auch noch schnell verkaufen. So, dann schauen wir mal kurz zu den Tieren. Denn die brauchen eigentlich dabei nichts. Fast auch alles. Das muss man sich jetzt eben machen. So, die brauchen wir jetzt noch einmal drin. Können wir nachher noch einmal 30.000 Liter wegbringen, den und noch haben. Und dann haben wir eigentlich die ganze Silage verkauft. Und dann können wir eigentlich wieder Frische produzieren. Und das sollten wir auch ankommen. So, dann fahren wir einmal zum Verkaufspunkt wieder. Wie gesagt, der ist da oben. Aber ich würde schauen noch einmal. Bleibt es da stehen. So, dann schauen wir mal schnell an, wer die Preise laget. So, der ist eh da oben. Preis nur 32 pro 1000 Liter. Und so wird es eigentlich, wie dahin geht. Und das stimmt. So, dann sehen wir mal. So, dann kommen wir dort hin. Uiuiuiui. Oh, wow, wieder. Profi am Start. Und wir kommen wieder lenken. Oh, waren keine aufzeigen. Ah, da hat Tokio betagt. Ich glaube, das wird ein Schwader sein. Jetzt werden wir testen, also uploaden müssen mit der Silage und dann schauen ob das super ist. Uiuiui. Wenn ich die Teile sehen, dann wird die Flucht eine gute Art und dann sehen, die Flucht würden unter dem Tua viel . Und dann kommen wir heute zu machen, danken uns weiter und dann kommen wir an den Tua viel zu machen. Ich werde es nicht vorstellen, dass die Flucht regressiert. Auch haben wir die Flucht-Losa gesehen. Und dann schaut doch das Flucht-Losa mit diesem Lachen. Lachen wir uns vorst, dass das Flucht-Losa gesehen hat. Oh, wir haben mal voll 60.000 vom Kumpon. Es wird endlich Zeit, wenn wir da mal wieder drauf werden. Los, wir haben mal auf heisse Tourladen. Verweiterung in der Umreder schon. Dann wollen wir das Haus aufzammeln. Oh, wir sind jetzt kurz wieder. Man, wir sind wieder da. Wow, wir sind wieder da. Ah, wir sind wieder da. Oh, wir sind wieder da.